Ich bin sehr froh, ne? Tristez, komplettamente. Wenn man aufwacht, dann fühlt man die komplette Realität, ne? Ich habe auch Zeiten gehabt, wo ich in bester Lage irgendwo am Mittelmeer gesessen habe und auch selbst über die Frage philosophiert habe, ne? Aber man kann sich da nicht sicher sein, ne? Den Unterschied zu finden zwischen Realität und Fiktion ist halt spannend, ja. Hallo, ich bin hier gerade auf den Club gekommen und da liegt irgendwie so ein Mann, aber ich weiß, der bewegt sich nicht. Filo sind in der Nacht. Vielen Dank.